Ich freue mich sehr darauf, weil heute Abend ein Aachener ausgezeichnet wird, der es auch verdient hat, meiner Meinung nach. Das ist ja eine Besonderheit, dass ein Öscher-Jung diesen wunderschönen Orden bekommt. Er ist ein so humoriger Mensch und ernsthaft dabei und ich freue mich auf seine Rede. Ich finde die Auswahl gut, weil das Wichtigste ist, dass jemand Humor hat und nur das ist heute hier gefragt und den hat er zweifelsohne. Das ist ein Heimspiel und es erhöht aber zugleich auch den Druck. Armin Laschet kennt alles, was hier passiert und deshalb ist die Erwartung natürlich sehr groß, dass er da noch was draus macht. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von AKV-TV. Wir sind hier beim Orden-Viatischen Ernst und ich sage nur, Erster Öscher, Orden-Zritzer, Armin Laschet, Guido Kanz, Omar Obama und viele weitere haben wir getroffen. Aber schaut selbst. Wie viel Vorbereitungszeit steckt eigentlich für solche Auftritte? Also eigentlich legen wir immer direkt nach der letzten Session los und dann dauert das ungefähr ein Jahr, aber die richtigen Choreografien mit Feinarbeiten ein halbes Jahr. Fieberst du denn auch mit den Mädels mit und bist du auch nervös, wenn sie auf die Bühne gehen? Auf jeden Fall. Ja, da hat man dann auch noch Hummeln im Hintern, also da würde man am liebsten nochmal mit auf die Bühne, aber die machen das super. Einmal gewagtes Outfit hier an den Tag gelegt. Ne, das ist, je älter man wird, muss man natürlich ein bisschen ablenken vom Rest, deswegen auffällige Schuhe und einen roten Anzug. Das hat jetzt nichts mit meiner politischen Gesinnung zu tun, aber damit die Leute wissen, ah da ist der Kanzler und meistens hat er was Rotes an. Ich finde ja mal ganz schön hier in Aachen, dass man Politikern mal sehr nahe kommt, mit denen ein bisschen sprechen kann, auch mal ein bisschen austeilen darf, das ist ja so mein Job. Ist nun mal schade, wenn die Leute, die man mitgeben will, nicht kommen, aber es sind ja immer noch genügend da. Für dich war es ja heute das erste Mal auch alleine auf der Bühne, wie war es? Ja, mega, also dass die Leute so mitgemacht haben, wenn man einen Anzug trägt und ein schönes Abendkleid, dann ist das nicht so einfach, aber die waren von Sekunde 1 da und das war sehr überraschend, aber geil. So zum 6. Mal schon wieder dabei und immer noch nervös oder hat sich so langsam gelegt? Ne, ich bin immer noch aufgeregt, muss ich sagen. Es ist ja ein sehr anspruchsvolles Publikum und gerade wenn ich mit politischen Reden punkte, dann muss man aufpassen, was man sagt, gerade im Moment. Und was sagen Sie zum Ordensritter? Ja, großartig, endlich mal einer von hier, obwohl er ja nicht direkt aus Aachen kommt, sondern nur aus Buchtscheid, aber ich denke, da kann man drüber hinweg gucken, jetzt mal. Ja, das ist auch für die Ewigkeit, ja für die Ewigkeit. Wie kickt es eigentlich immer hin, diese Stimmung im Saal zu erzeugen? Uh, das wundert uns immer noch und auch immer wieder aufs Neue. Das ist mittlerweile so, dass wir, glaube ich, in Aachen mit unserem Publikum so eins werden. Das ist so wie ein kleines Familienfest, wo man dann im Wohnzimmer plötzlich einen Quetschbüll rausholt und singt mit der ganzen Familie. Ich glaube, damit hat es viel zu tun, weil die da vor der Bühne sitzen, sich freuen, wenn wir kommen und wir freuen uns auf die und dann wird es irgendwie so eins. Wie viel Aufwand ist es eigentlich, so eine Rede vorzubereiten, die vor allen Dingen auch so politisch ist? Also es waren einige Wochen, ich habe mich natürlich länger darauf vorbereitet und das ist ja ein Spezialfall, weil die Kinder mit dabei sind, dass man dann erstmal das Konzept erstellen muss und überlegen muss, welchen Übergang bringt man. Jetzt sollte ja ein bisschen politisch sein, ein bisschen regional und ja auch noch lustig. Und wie hat es euch gefallen? Auf jeden Fall gut. Ja, sehr toll. War es für Sie was Besonderes, einmal auf so einer karnavalistischen Bühne zu stehen? Auf jeden Fall. Es war schon eine Herausforderung, weil das nicht so einfach ist, aber es ist interessant. Es ist eine Tradition, habe ich gesehen und eine sehr starke Tradition hier in Aachen. Sehr interessant, weil die Leute das wirklich ernst nehmen und wirklich alles da einsetzen, damit es ein Erfolg wird. Und es ist interessant für mich von einer kulturellen Sicht, das mitzuerleben. Wie ist es so für einen ersten Öscher-Jungen? Ja, das ist natürlich sehr aufregend. Man hat den Orden, den tierischen Ernst, schon als kleines Kind verfolgt und dann bekommt man ihn selber. Dann ist man ganz nervös und dann ist der Saal toll mitgegangen und dann freut man sich. Sind Parteien eigentlich auch mit dem Karnevalsverein vergleichbar? Also man hat manchmal den Eindruck, dass die Parteien mehr Clowns sind als im Karneval. Da geht es viel geordnet dazu. Trotzdem ist natürlich manches anders. Aber wenn in einer Partei auch Humor ist und man auch über sich selbst lachen kann, dann tut das auch den Parteien gut. Der AKV hat heute einen wunderbaren, fantastischen Ritter zum Ritter geschlagen und ich durfte als Prinz mitmachen. Und wenn man die Ritterrede nachvollzogen hat, dann glaube ich, haben wir auch noch etwas gemeinsam. Denn wir sind beide dafür, dass die Leute sich nicht immer so aufregen, sondern erstmal die Socken anziehen. Es ist so schön, auf dieser Bühne zu stehen und so einen vollen Saal zu erleben. Und ja, ich kann wirklich sagen, es macht sehr viel Spaß. Dr. Wendapal, dieses Jahr hat es auch einen Öscher-Jung quasi als Ornsritter geschafft. Wieso wurde er ausgewählt? Nach 70 Jahren, glaube ich, war ein Aachener jetzt als Ordensritter mal überfällig. Und wer die Ritterrede heute gesehen hat oder sehen wird noch im Fernsehen, der wird begeistert sein und wird sagen, ja, war genau die richtige Wahl. Sorge auf der Weg, auf der Weg! Auf der Weg! Sorge auf der Weg! Sorge auf der Weg! Vielen Dank.